Oh ne! Komm! Ja! Ohohoho 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 Oh mein Gott Hallo Leute und willkommen zu Counter-Strike Nächsten Zombies einem erst vor kurzem erschienenen Multiplayer der anscheinend, also ich hab bis jetzt nur den Trailer gesehen und ein paar Bilder anscheinend sehr an dieses, ich weiß nicht ob ihr das kennt, Wolf-Team ein, auch ein Ego-Shooter wo man halt eben als Werwolf kämpft und hier ist es als Zombie also man kann entweder als normaler Schütze kämpfen oder als Zombie die Menschen den Gar ausmachen und ja, wie das Ganze aussieht schauen wir uns jetzt an Gehen wir mal auf den Server der eine ist hoch voll Gehen wir mal auf den dritten Okay Ich weiß ja nicht grad wie die Ausmaße von der Lobby sind die, weil die hat so ein komisches Ausmaß also äh, Ausmaß so eine komische Auflösung und wenn man dann ins Spiel geht ist sie anscheinend wieder weg also dann ist sie normal Ähm, okay ich hab noch keine Ahnung was wir machen sollen Schnell-Einstieg Machen wir einfach mal Schnell-Einstieg Aber was haben wir zu verlieren, ne? Äh, okay Terroristen Terrorist Belohnungen Belohnungen für tägliches Oh, cool Preisvorschau Das folgen die Items erhalte Cool, cool, cool Okay Äh, ja Gehen wir einfach mal rein Ich weiß jetzt gar nicht ob das irgendwie ein normaler Modus ist oder ob da irgendwas anderes noch ist Ach, gucken wir einfach mal Ach und den, äh, ne, Download beziehungsweise den Link zum Spiel werde ich mal in die Beschreibung hauen Das Spiel ist kostenlos und das finde ich auch sehr cool Und ja Es hat auch die normalen Karten wie man sie kennt Ich glaube die wurden nur noch mal ein bisschen aufgehübscht Ähm, Moment Polizia Okay, ich muss gleich mal den Sound ein bisschen leiser stellen Ja, sehr laut Ach Gott So, Guerrilla Äh, Option Ich seh dir Ich hab's schon total leise weil das unglaublich laut ist Okay, ganz laut aus muss ich's nicht nachmachen Okay So ist gut Ich, na gut, ich pass halt auf, ne Hm Aber es sind genau die gleichen Karten von früher Oder was heißt das früher Oder was heißt das früher Warte, was sind das denn für Dinger Hä? Hä? Was ist denn das für ein Teil? Ah, okay 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 Also ohne Respawn ist das Ganze Und Das war's mit mir Also mit meinem Team Ach Gott, wie komme ich denn ins Menü? Also, man hat ja sonst immer so ein Menü und ich weiß gar nicht, wie es hier ist Oh Oh Okay Ach, das war Auto Also so ein Auto-Menü-Auswahl Ist ja geil Ähm, ja Ich bleibe auch noch stehen Oh, oh Mann Ach, Mann, ey Mann, ey Was soll denn das? Was soll denn das? Aber hey Die Kamera muss ich mir ein bisschen umrichten So Ich muss mein Mikrofon auch mal wieder umstellen Ich Da ich ja jetzt die Webcam auf die andere Seite meines Videos packe Muss ich das Ganze umstellen Ach, das ist so umständlich Naja, eigentlich nicht Aber Hier davon gezählt Oh, das ist ja alleine Kann ich irgendwie meine Klasse wechseln? Hier Ach, man kann irgendwie hier die Aufwarn haben sogar starten Okay, let's go So Ähm Hä? Okay Oh Mann Ich kann Irgendwas ist anders als sonst Ich mein, gut, in Counter-Strike war ich noch nie der Beste Das ist leider so, aber Verdammt Jetzt kommt bestimmt ein, oder? Während ich nachladen Jetzt kommt einer hinter mir, oder? Ha? Ne, doch nicht Hört mich Verwundert mich ein bisschen Oh 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 Verdammt Ich war der Letzte Ach man Oh man Ähm Aber Aber Mann 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 Was war denn das? Ich will Zombies sehen Was ist das eigentlich? Wisst ihr was? Ich hab Ich will Zombies wirklich sehen Und deswegen gehen wir hier Äh, ne So Ja So Der beste Weg hier raus zu kommen Ist einfach direkt raus Ich glaub das war jetzt eigentlich ziemlich doof Weil das halt die KD zerstört Die Killed Death Raider Aber jetzt Ja Ich will jetzt mit Zombies Spielen Achso das sind Ah ok Das sind die wahrscheinlich die blauen sind die normalen Das grüne Szenario Das sind wahrscheinlich so Missionen Ja So Herausforderungen Und das rote sind Far in the hole Ok Das schaut doch gut aus Mensch Hä? Mensch, Mensch Ok Mein Arm juckt Das ist schlecht Ok Dann gucken wir mal Wie werde das Ganze jetzt mal so machen? Ok Nach dem Fall der vorigen Gurtfilme David, Blake und Eric Ist vielleicht bei ihm oder noch Ok Ok Menschen, kämpft bis zum Flucht Am Fluchtpunkt durch Bevor die Zeit abläuft Ihr müsst um ihren Preis Was? Menschen bleiben Zombies infiziert alle Menschen Oder geht zum Fluchtpunkt Und Steht nix, ne? Ach Gott Ich Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt Was war meine Gruppe? Ok Wir sind wieder da Und Können uns schön Sachen aussuchen Maschinengewehr 8 7 6 5 4 3 So kaufen Ach Gott Jetzt habe ich eigentlich so eine Waffe genommen Ich glaube ich kann nicht so klug gewesen Weil mir hier so langsam ist Was muss ich denn machen? Ok, ich bin hier und muss fliehen Das weiß ich Das ist alles was ich weiß Oh und die sind wegen Hä? We have been enslaved by the zombies Oh oh Das ist schon der erste Und Ja Ok Ich dachte nicht dass es so schnell geht Ich dachte man hätte so eine Zeit übrig Aber Gut Dann sind wir immer ein Zombie Und folgen denen ihren Weg Greif ich an? Ok Kann ich irgendwas besonderes? Nö Ich bin einfach nur ein blöder Zombie Ich bin ein Dauber Zombie Ich bin ein Dauber Zombie 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 Ok wir nähen uns den Menschen Schauen wir mal ob wir sie erwischen können Äh Geh halt hoch Oh man die Zwischen uns noch Die entwischen uns noch Kommt Zombie Leute Man wo ist Zombie wenn man ihn braucht Hehehe Versteht ihr? Hey warum bin ich so langsam? Ok Ok Und Wiew Hehehe He Oh oh Pfff Ups Achso Oh ich dachte gerade ich wäre gestorben Aber der Ding der Gegner wurde getötet Ist natürlich nicht schlecht Äh diesmal nehmen wir eine Schrotflinte Und jetzt sind wir ein bisschen Agiler Und Hä? Ok Und los geht's Ich bin auch ein bisschen langsam Muss mich erst wieder mal dran gewöhnen Counter-Strike zu spielen Zack Ah jetzt sind wir noch ganz schnell dabei Gibt's bestimmt voll viele so Kniffe So kleine Kniffe womit man schneller ist Bin ich mir sicher Bin ich mir sicher Ok ähm ich bin gleich wieder tot Weil ich zu langsam bin Für dieses Spiel Warum kommt der zurück zu mir? Was tust du denn? Und ich bin tot Ok Haha Ich bin schon wieder Verdammt dazu Die Horde aufzuhalten Macht alles kaputt Los Ok Diesmal schaffen wir es Durch 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 Ich sollte einfach genau das machen was die anderen machen Komm ich mal am besten voran Wir kommen gut voran Wir sind ganz vorne So Sieht echt gut aus Ich weiß nicht was besser ist da hoch Ok äh Dafür bin ich zu blöd Komm lauf 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 Verdammt Oh ne Die sind gleich da Scheiße Verdammt 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 Kommt los Leute Los Leute Wir schaffen das Geht doch Ducken wir nicht schlecht Los Toto 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 Oh ne Oh ne Komm Ja Oh 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 my god Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten bis die ganzen Typen kommen Das ist fies Oh ne Und dort bin ich tot bin ich tot bin ich Ne Ich dachte ich schaffte den Sprung Leider daneben kauft Oh 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 man Okay Escape Fall Yep Die zombies haben gewonnen Ja Ja Man gewinnt quasi immer Nettes Spiel oder Aber Ja Raus hier Ich würde sagen Nein 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 Was ganz anderes Oh Yay Sachen Cool Sehr cool Ähm Ja Ein nettes Spiel muss man sagen Gefällt mir Aber es ist halt echt irgendwie Ich muss mir noch die Battlesack-Dinge anschauen Das war jetzt bis jetzt nur diese Flucht und dann gibt es bestimmt irgendwie was Wo man kämpft Vielleicht kommt es in einem anderen Video Wer weiß Wer weiß Wer weiß Jedenfalls Würde ich sagen Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder nach hoch Je nachdem wie ihr wollt Und wir sehen uns zu einem anderen Video wieder Also bis bald und Cheerio